immer noch in dem breiten unterwegs auf dem großen ozean reisen wir zurück auf unsere insel vorbei an der mörder insel wir fast in der zweiten folge krepiert sind so jetzt sind wir eigentlich schon auf den richtigen fahrt jetzt müssen wir eigentlich nur richtigen noten also circa da drüben habe ich eine fackel aufgestellt hier ist es nicht unsere insel wir müssen noch ein bisschen 500 meter sind es noch komm wir hier ist ein creeper der will uns haben nicht so weit an der kante hier vorbei fahren es könnte die letzte kante sein und hier vorne müsste eigentlich irgendwo unsere insel auftauchen machen wir jetzt mal die koordinaten aus und ich glaube ich glaube dass wir da etwas da ist unsere insel genau das ist unsere insel da kommt doch gleich fröhliche musik auf dass wir unsere insel gefunden haben sehr schön so kurz besichtigen und höpp schnellste methode ähm auch schnellste methode ein bett zu bauen vor die ersten monster kommen und uns hinzulegen vor hu das war eine nacht und das heißt wir haben diese quest fast geschafft wir haben eine süßwasser quelle gefunden haben das wasser haben sie gar noch viele weitere rohstoffe dazu und wir sehen schon ganz schön und gekleidet aus das heißt ich nehme das holz aus der aus der truhe heraus und baust mal eine große truhe daraus um alle rohstoffe unterzubringen die kohle die naturalien aber natürlich auch tue ich mal hier unten hin wie sieht es das essen fange ich mal auf die ebene das was man anbauen kann mal auf die ebene ganz oben kommen die rohstoffe den sand der gebrannt werden muss die wolle holzerde das braucht man jetzt genauso wie die steinhake das das und das kann man mal hier lassen die falle lassen wir auch hier wir haben noch kein boot so die schere die können wir auch hier lassen wir werden uns jetzt hier ein feld erstellen am besten bauen wir erst sofort auf dem wasser alles können wir ja nicht das können wir nicht mal kurz sand holen dass wir ein bisschen aufschütten können moment mal wir können auch hier ein bisschen was weg nehmen so wenn wir hier was weg denn hier ist dann sozusagen mal eine wand es ist vorbei hier mit der schaufel da werden wir hier am rand und nämlich versteht was ich jetzt damit bezecken möchte genau machen wir uns erstmal eine neue schaufel stein haben wir hier drin können sie auch als eine eisenschaufel machen die nebenquests haben wir jetzt schon ein bisschen verfolgt das bedeutet wir brauchen uns noch 21 diamanten und die restlichen quests und das ist ein lied vom lieben rasboale etwas leise ich tritt mal ein bisschen lauter ich finde es erstmal aus und hier können wir uns jetzt sagen unser Feld drauf aber ich muss sagen dass wir ganz schön dämlich sind oder sind wir dämlich wir haben nur eine einzigste ein einziges Wasser das heißt wir haben keine Süßwasserquelle scheiße ach Mist Bock Mist ist das na gut wir haben jetzt hier schon mal so 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 ich mach das jetzt mal auf altmodische Weise 1,2,3,4 zack jetzt haben wir keine erde mehr gucken wir schnell an der truhe ob wir dann noch erde rum oxidieren haben ich denke mal nicht genau das waren auch meine befürchtungen ich wollte gerade sagen wir fahren mal auf eine der nachbarnindeln das werden wir auch tun jetzt wollte ich hier genau so sollte das sein mal auf eine altmodische Art und Weise genau dann machen wir dann hier an der Seite Stein dann gehen wir einfach mal eine nachbarinsel und tun dort ein wenig Erde abbauen upsalam so hier ist das ganze noch nicht fertig das heißt 1,2,3,4 und hier kommt dann erst die Steinreihe bis hierher geht das das bedeutet so hat Hagenau gereicht ne einer ist übrig geblieben super machen wir hier vorne noch machen wir am besten im Zaun rum dass uns keine Hühner drauf laufen hier vorne steht schon Zuckerrohr da tun wir das andere mal dazu gesellen so und zack zack und wir brauchen Stein Holz haben wir noch nicht oder nicht mehr 15 Holz haben wir noch aber das reicht auch für keinen Zaun gehen wir mal hier wieder hier runter haben wir auch keine Fackeln dabei aber hier unten ist ja noch eine Fackel wo wir mal aufgehört haben das ist sehr gut so jetzt gehts dann weiter runter das ist doch mal wann wir auf die erste Höhle stoßen ich muss gleich noch mal gucken wie viel Gold wir haben wenn wir dann Red Song gefunden haben können wir ja daraus eine Uhr basteln 12 Gold das ist sehr gut da bauen wir daraus am besten eine Uhr und aus den Eisen im Kompass da findet man dann auch wenn man längere Zeit auf Erkundungstour sind und boah etwas ermüdet wenn wir längere Zeit auf Erkundungstour sind können wir dann daraus mehr ich bin bei mir gefällt besser auf unsere Intel zurück finde ich immer nach Koordinaten fahren ein Unwetter zieht auf das heißt die Folge ist jetzt zu Ende ich hoffe ihr verzeiht mir das dass die Folgen jetzt etwas kürzer sind ist ja logisch eine Folge bedeutet ein Tag und wenn der Tag rum ist gehen wir schlafen und ich kann nur nachts schlafen deswegen müssen wir uns noch ein bisschen gedulden aber bei Gewitter kann man auch schlafen gute Nacht und tschüss wünscht ihr erstes vom süd-rheinischen Fernsehen bis in die nächsten Folge Ciao Ciao